Und Deutschland ist dabei bei diesen Kriegen. Es ist noch kein Jahr her, dass die deutsche Luftwaffe Bilder lieferte für das Angriffsziel in dem syrischen Dorf Al-Mansura. In der nächsten Nacht wurde es von US-Bombern angegriffen. Es handelte sich um eine Schule, in der Flüchtlinge untergebracht waren. Damals hieß es, 33 Menschen sind umgekommen, darunter viele Frauen und Kinder. Heute wissen wir, es gab rund 200 Tote. Ich sage, das war ein Verbrechen und ich frage, wie viele Al-Mansuras gab es und gibt es noch, von denen wir nichts wissen und nichts in den Medien lesen. Nun heißt es, der IS sei geschlagen. Doch wir sehen, der Krieg in Syrien geht weiter. Die ausländischen Mächte führen mittlerweile auf syrischen Boden gegeneinander Krieg. Und wenn es nach dem Willen der sogenannten Verteidigungsministerin von der Leyen geht, mischt Deutschland weiter mit. Und ich sage hier, nein, die Bundeswehr hat nichts in Mütternasten zu suchen. Sie hat auch nichts in Afghanistan zu suchen, auch nicht in Mali. Die Bundeswehr muss umgehen, aus allen Auslandseinsätzen zurückgezogen werden. Klicken wir zurück, muss man sagen, vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass deutsche Soldaten im Nahen und Mittleren Osten im Einsatz sind. Gleichzeitig am Rande der Sahara und gleichzeitig in Litauen, auf dem Territorium der ehemaligen Sowjetunion. Und gestern forderte von der Leyen, dass noch mehr entschlossen weitere Einsätze in Zukunft erfolgen sollen. Dass es mehr Entschlossenheit im Einsatz von Militär geben soll. Wir sagen nein. Wir sagen, wir haben genug mit diesen Tabubrüchen. Diese Tabubrüche, die übrigens auch hier in München einen Auffangspunkt hatten. Vor vier Jahren war es die Münchensicherheitskonferenz, als der damalige Außenminister Steinmeier, denn der Joachim Kauf und von der Leyen sagten, Deutschland dürfe, Zitat, nicht mehr von der Seitenlinie zuschauen. Frau von der Leyen, das hier ist kein Fußballspiel. Es geht um Krieg. Es geht um Interessen, um deutsche Interessen. Das sind deutsche Wirtschaftsinteressen. Die sollen jetzt auch militärisch verteidigt werden können. Aber genau diese imperialistischen Ambitionen der Staaten sind die Treiber für neue Kriege. Und wir sagen, von deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen. Gucken wir in die Welt, wie sie in den letzten Jahren angeblich sicherer geworden ist durch diese Politik. Vorgestern kam eine Studie von Save the Children raus. Eins von sechs Kindern auf der Welt lebt mittlerweile in einem Kriegsgebiet. Das sind 357 Millionen Jungen und Mädchen. Das bedeutet einen Anstieg um mehr als 25 Prozent seit Anfang der 90er Jahre. Diese 357 Millionen Kinder werden groß mit der Angst vor Bürgerkrieg oder Bombardierung aus der Luft. Immer mehr Mädchen und Jungen werden verstümmelt oder sterben. Die Zahl ist seit dem Jahr 2010 um 300 Prozent angestiegen. Und auch die Zahl der Vorfälle, bei denen Kindern der Zugang zu humanitärer Hilfe verweigert wird, ist im gleichen Zeitraum um 1500 Prozent gestiegen. Die Bilder von den ausgemerkelten Kindern im Jemen oder im Router sind unerträglich. Und sie sind eine Anklage an diejenigen, die die Hilfskonvois blockieren. Und sie sind eine Anklage gegen die Architekten der Geopolitik, die auf Konferenzen wie hier in München austüfteln, was sie für Stabilität halten. Sie haben die Welt uns ja gemacht. Deswegen demonstrieren wir hier heute. Krieg und Armut zwickt Menschen zur Flucht. Und es ist zynisch, wenn die neue Große Koalition wieder Obergrenzen und über Lager, wo die Flüchtlinge erstmal für mehrere Monate eingesperrt werden, erredet. Hören Sie endlich auf, die Flüchtlinge zu bekämpfen. Dann öffnen Sie die Grenzen für Flüchtlinge und schließen Sie für Waffen. Wie gesagt, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, der Alten und der Neuen, dann soll Deutschland überall militärisch mitmischen. Und schauen wir uns doch mal kurz die aktuelle Koalitionsvereinbarung an. Man denkt ja, wenn man die Zeitung liest, das wäre so eine Art Abrüstungsvereinbarung. In der Zeitung, da sind dann Militärs kommen zum Bord, die sagen, das sei ein Dokument der Verantwortungslosigkeit. Die Bundeswehr sei nahezu ruiniert. So ein Quatsch. Der Sinn solcher Äußerungen ist es, der Öffentlichkeit einzureden an Rüstung und militärischem Werte seit Jahren gespart. Aber das ist eine Lüge. Seit 20 Jahren ist der Militärhaushalt konsequent angestiegen. 1999 betrug er umgerechnet 24 Milliarden Euro. Heute sind es 37 Milliarden Euro. Und er soll in den nächsten drei Jahren auf über 41 Milliarden steigen. Das sogenannte Zweitprozentziel der NATO, zu dem sich die Bundesregierung bekennt, würde nahezu eine weitere Verdopplung des Militärhaushaltes bedeuten. Wir lehnen diese Aufrüstung ab. Die GroKo ist entschlossen, die Bundesverwälter aufzurüsten und der Rüstungsindustrie fette Profite zu verschaffen. Das ist ein gefährlicher und ein teurer Irrweg. Abrüsten, nicht aufrüsten, ist das Gebot der Stunde. Wir haben, obwohl der SPD-Kandidat Schulz, wer erinnert sich noch an ihn, der hat im Wahlkampf gesagt, er setzt sich für den Abzug der Atombomben ein. Was finden wir im GroKo-Papier? Ein Bekenntnis zur sogenannten nuklearen Teilhabe und zur nuklearen Abschaffungsdoktrin der NATO. Wir sagen, Atomwaffen abziehen und zwar sofort. Wir werden mit der neuen großen Koalition die Beschaffung, die Entwicklung und Beschaffung von Kampfdrohnen haben. Zuerst eine Übergangslösung und später eine Euro-Kampfdrohne. Und drittens, die SPD und die CDU schreiben von einem Aufbruch für Europa. Das hört sich für viele so an, als sei das ein Bekenntnis gegen Nationalismus und für Völkerverständigung. Aber das ist falsch. In der Koalitionsvereinbarung wird Europa als PESCO buchstabiert, übersetzt ins Deutsche als ständig strukturierte Zusammenarbeit. Dabei geht es um nichts anderes als einen europäischen Verteidigungsfonds, ein europäisches militärisches Hauptquartier und drittens europäische Rüstungsprojekte, vor allen Dingen bilaterale Projekte unter anderem zwischen Deutschland und Frankreich. Mit anderen Worten, wenn die GroKo mehr Europa verspricht, verspricht sie mehr Geld für Rüstung und für die Rüstungsindustrie sowie mehr internationale Einsätze. Außen steht Frieden drauf, innen steht Krieg drin. Das ist kein Aufbruch, sondern eine europäische Waffenbrüderschaft. Und wir wollen keine Kriegsbeteiligung, weder alleine noch im Rahmen der EU. Wir sagen Nein zum Krieg. Das heißt, der Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist ein friedenspolitischer Offenbarungseid. Und damit trägt die Bundesregierung ihren Anteil zum Anheizen des internationalen Rüstungswettlaufes bei. Und das macht den Frieden unsicherer. Das ist unsicherer. Aber wie es immer so ist, schuld sind natürlich immer die anderen. Und ja, natürlich, Chinas Militärhaushalt wächst seit Jahren stark an. Auf 6 bis 7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Da sind wir auch gegen. Allerdings dürfen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht übersehen. Europa war im vergangenen Jahr die Region mit den am schnellsten wachsenden Verteidigungsausgaben, also Militärausgaben, weltweit. Die USA sind der absolute Rekordhalter. Sie haben einen Militäraushalt von über 600 Milliarden Dollar. Und nun soll dieser Haushalt auch noch auf fast 690 Milliarden Dollar steigen. Das ist 4,5 Mal so viel wie der Militäraushalt Chinas und 11 Mal so viel wie der Russlands. Die Wahrheit ist, es ist die NATO und ihre Vormacht USA, die der größte Treiber des internationalen Rüstungswettlaufs sind. Die NATO bedeutet Rüstungswettlauf, die NATO bedeutet Krieg, die NATO bedeutet Atompumpen in Büchel. Und ich sage, Deutschland muss raus aus der NATO. Und wofür brauchen die Mächtigen dieses alles? Wofür brauchen sie die Waffen? Am Ende für den Krieg gegeneinander. Und ich habe es am Anfang gesagt, nie seit Ende der 80er Jahre war der Weltfrieden so gefährdet wie jetzt. Und das ist nichts anderes als ein Wahnsinn. Die Mächtigen der Welt reden hier in München mit schönen Worten in der heimeligen Atmosphäre eines Luxushotels, während sie in ihren Hauptstädten die Zerstörung anderer Länder planen. Das werden wir nicht akzeptieren. Und lassen wir uns nicht von den schönen Worten täuschen. Ihre Reden sind nur die Zwischenfahrten zwischen den nächsten Konflikten. Dauerhafter und gerechter Frieden wird uns nicht in den Verhandlungsrunden der Mächtigen oder auf den diplomatischen Parkett gebracht. Dauerhaften und gerechten Frieden müssen wir uns erkämpfen. Und dieser Kampf ist ein Kampf auch gegen Nationalismus und Rassismus. Gegen die rechten Hetzer, die gerade stark werden in vielen Ländern. Denn unsere Verbündeten sind diejenigen, die sich in ihren Ländern, den Herrschenden und den Drückern entgegenstellen. Unsere Verbündeten sind kurdische und türkische Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner. Es sind die Soldatenmütter aus Russland, die Anti-Trump-Bewegung in den USA, die Streikenden in Griechenland, die Millionen, die in Südkorea eine korrupte Präsidentin gestürzt haben. Liebe Freundinnen und Freunde, vor 100 Jahren wurde der Weltkrieg durch Widerstand, massenhaften Widerstand von unten beendet. Vor 50 Jahren hat eine internationale Protestbewegung die USA gezwungen, den Krieg in Vietnam zu beenden. Es ist die internationale Solidarität von unten, die uns stark macht. Stoppen wir Ihre Kriege. Wir haben eine Welt zu gewinnen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017